Montagmorgen, Universitätsklinik. Arschkalt für dir. Ich habe einen Schal um, und wegen kurzer Hose. So, wir sind wohl heute richtig. Jetzt ist deutsches Tumorzentrum. Und hier Klinik. Designersessel. Ich warte dir, dass der Vampir mir entglittet Blut abnimmt. So, wir sind raus. Das ist hier Kunst am Krankenhaus. Tumorzentrum, Forschungsgebäude. Ewige Baustelle. Guck, das Pferd wieder oben drüber. Ja, es steht da immer, aber es steht da oben hoch. Hier in der Trabrennbahn. Ah, ist ein Wetter. Zwölf Uhr. Jetzt sind Kirchen. Jetzt gehen wir ins Köpi. Mittagessen. So, die sind hier in Wiener Schnitze. Mit Soße. Ne, ist ein Jägerschnitz. Jäger, also. Und ich habe hier eine Roulade. Rindsroulade mit Rotkohl und Kartoffeln. Mit Köpi. Dass ich heute versuchte...